Was ist mir heilig? Was ist dir heilig? Gesundheit Was ist Ihnen heilig? Heilig ist mir in erster Linie die Familien, aber auch das Ehrenamt. Ich bin schon sehr lange ehrenamtlich tätig und heute hier auf dem Kirchentag bin ich halt bei Missio. Sollte am Fußballstand stehen, leider. Der Regen hat uns alles nass gemacht. Was ist dir heilig? Meine Familie. Also heilig ist mir ganz klar meine Familie, vor allen Dingen mein Kind. Und das ist für mich so das Wichtigste, was ich dazu eigentlich sagen kann. Und beruflich? Beruflich. Akzeptanz zu finden ist mir schon heilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit meinen Kollegen und mit meinem Miteinander irgendwie, also mit meinen ganzen Mitmenschen ein schönes Miteinander zu haben, ist mir heilig. Und Ehrlichkeit.